Liebe Annette, ich weiß nicht, wie ich das, was ich dir angetan habe, je wieder gut machen kann. In Wahrheit war ich nur mit dir zum ersten Mal wirklich glücklich. Mein Leben bisher war ein einziger Witz. Ich war stolz darauf, mich am Unglück anderer zu erfreuen. Tja, der Schuss ist nach hinten losgegangen. Ich habe es geschafft, dem ersten Menschen, den ich wirklich liebte, wehzutun. Anbei schicke ich dir meinen wertvollsten Besitz, mein Tagebuch.